Ich hause mir in Schächte. Wieso bin ich erwartet? Hier war ich. Dann müsste ich hier durch. Hä? Da war ich aber auch. Ich wollte aber die langsam machen. Okay, so, so. Schnell abbauen. Sie ist schon fertig. Ja, das tote fährt sich. Was ist das hier? Ja, das tote fährt sich schon auf Pferde. Da geht mir weiter trocken. Ich wurde gerade geschlagen, Junge. Was ist das hier? Junge, ich bin so gearscht. In dem Weg geh nicht mehr aus. Aber das ist ein Zombie. War das bei mir? Was? Hier ist ein Zombie gearscht. Das habe ich mir gerade noch gesagt. Ja, da ist ein Zombie. Ja, aber der ist ja gestorben dann. Das. Und das? Ich hoffe mal bei dir. Glaube ich nicht. 29 reicht das. Ah, du. 29. 29. Ah, ich muss da irgendwo raus. Nein, es gibt keinen Atem. Hä? Hm. 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 Ich habe hier vielleicht einen Spawner irgendwo. Hast du einen Spawner bei dir? Ah, du bist ja nicht mal unten. Hier ist ja nicht mal ein Zombie oder so. Ja. Und was an Ming Schächte so toll ist? Was? Einmal ein Dings. Kein Holz mehr hat man dort wohl. Ja, das habe ich letztes Mal gemacht. Ich hatte kein Holz mehr und konnte mir gar keine Fackeln und Spitzacken machen. Ja. sondern er hat ihn nur reisen. Und das hat er nicht. Wie? Wie? Und wie? Wie? Ja. Wie? Wie? Du hast auch einen Eis und Braten. Ja, muss mal rufen. Hattest du aber viel Eis? Weiß ich nicht. Können wir auch nie so hinterher. Aber viele Kartoffeln, ich hab drei, fünf, zehn. Gebackene. Hier sind Schatten, hier sind Schweine. Siegbärd. 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 Wie machst du das? Was? Was hab ich gemacht? Was soll das dein Haus werden? Nein. Wieso bist du dann immer da drin? Was? Das ist nur mit Unterschlupf. Guck mal, den ich hier habe. Siegbärd. Ich bin in den Zehn. Hä? Ich bin in den Siegbärd. Ich bin in den Siegbärd. Ich lauf die ganze Zeit noch im Kreis. Ich find den nicht mehr raus, weißt du? Junge, lauf hin und her. Ich find den nicht mehr raus. Dann gehts runter oder gehts auch nicht weiter. Dann muss es einfach deine Gänge sein. Siegbärd wie jetzt, ne? Ich bin nicht von so einem Eis. Du bist aber nicht siegbärd. Was? Ich rede mit Siegbärd. Du bist so dumm. Und Tiere sind auch Lebewesen. Wir wetten das gar nicht. Sagst du, warum kommt mir eine Zorn? Ich will das Gelächter, damit ich ein paar Pfeile in meinem Bogen hab. Ich finde hier nicht mehr raus. Sag mal. Oh, halt doch mal kurz. Wie ist es? Nichts. Also. Jetzt hab ich's. Nein, jetzt hab ich's. Warum ist es los? Nein, egal. Jetzt schreibt hier niemand mehr. Was? Jetzt schreibt hier niemand mehr. Die Uhrzeile, so. Wie viel ist es denn? Weiß ich nicht. Sag doch. Weiß ich nicht. Ich bin nicht geguckt. Nein. Aber auch mal, jetzt bin ich wieder hier. Junge. Ich bin mir auch. Was? Ich weiß auch nicht, wenn ich dann rauskomme, wo ich dann bin. Also wenn ich mich aufbaue. Ich bin nicht durch einfach hier mit. Warte. Eisen. 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 Oh, da hast du auch mehr Eisen. Eisen. Hast du mehr Eisen? Nein. Nein. Das ist mein so ein ganzes Ende. Das ist eine Spitzaktion. Ich komm mich jetzt nach oben. Was? Bekomm ich da Kappelstode? Nein. Wieso willst du meinen Kappelstode? Was bräuchte? Was? Oh, ich habe jetzt nicht auf den Sack. Ja. Wenn ich auch schon mal passen darf. Komm ich? Hm? Komm ich da Kappelstode? Wieso? Ja. Ich bräuchte es. Ich mache hier auch Steinbeeren. Bitte? 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 Junge, hier ist jetzt Steinbeeren. Ich gebe dir auch eins der Calls. Wenn du mir Eisen gibst. Kein Eisen mehr. Gar keins mehr? Nein, ich habe alles. Ich werde es schaufeln. Ich werde es schaufeln. Wenn du mir dann halt fahrst. Dann bekommst du halt keinen Siegbär. Nein, Siegbär. Du hast uns allein. Siegbär. Wieso bräuchst du? Mir als uns. Unsere Zuschauer. Ach so. Dir nicht. Dir, du sagst sowas nicht. Der ist hauptsach nicht vor allem, weiß ich. Von seiner Wasser. Lass mich doch. Mein Gott. Mein Gott. Lass mich doch. Ben. Also ich. Ich bin so tief. Ich bin so tief. Ich bin so tief. Ich bin so tief. und das Blut ausschleifend. War das so ein Teppich? Wurde ein Teppich einfach herstellen. Das sehe ich jetzt nicht. Nein, ich will Wasser ausschmeißen. Ich werde sterben. Wenn ich überlebe es nicht. Ich komme nicht hoch. Bitte 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 Junge ich bin einfach Da ist ein Hex noch Da ist ein Hex noch Da ist ein Hex noch Nein das ist ein Baum Was ist da hinten? Das ist ein Grunddarsteller Das ist ein Grunddarsteller Kann sein Soll ich da mal hin? Hä ist das Ist das wieder weg? Hä? Boah da gar nichts Okay Ich kann keinen schönen Kann man ja auch bei Auf die BTB Also bei Galaxy Das ist wirklich hoch Gehört Gehört Wie ist das hier im Grund? Ich weiß nicht Was ist da drinnen? Da ist tatsächlich Wasser drin Was? Ich muss jetzt schon in die Halle Wieso? Ich brauche leider kurz Echt das ist mein Haus? Das ist tatsächlich mein Haus Was? Ich gebe dir ein Stack Stein für ein Stack Was? Geht auch der erste Vielleicht brauche ich ein bisschen Ich brauche selbst noch Stein Was? Ich brauche selbst noch Stein Ein Stack Ein Stack und 56 Oh Okay Komm her Ich gebe dir einen halben Stack Holz Im ganzen Wenn ich dir zwei Halb fast zwei Stack Ja komm Du kannst das Holz Vierfache gewöhnen Hä? Du kannst das Holz Vierfache gewöhnen Hä? Hä bist du da? Du kannst aus einem Holzstab Vier Stück machen Ich bin einfach in eine Höhle gefahren Tiers Und da ist ein Pulliver Das war schwarzes Farbstoff Ich bin einfach Ich bin einfach Ich bin einfach Hast du das für ein Ja ich bin einfach Ja ich bin einfach Rüstung. Ich brauch das noch. Ich hab nicht mehr viel gewerkt, ey. Was hast du jetzt geholt? Ich hab dir einholz, hab dir gar nicht sicher. Wieder einfach schon Bogen und alles halt. Ey, du wolltest mal die Knochen holen. Ja, gar nicht. Hör auf, ich brauch dich für Knochen. Hör auf. Ey, Tay. Boah, Tay, hör mal auf, ich bin schon wegen dir gestorben. Ich hab nicht geguckt, ich hab mir auf mein Bittchen wieder gestorben. Was, du bist tot? Das ist deine Denkstrafe, also du musst was abgeben. Hör auf die Fresse. Was isst du? Du hast es abgemacht. Ja, aber trotzdem, du hast die ganze Zeit in meine Kiste geschaut. Ich hab mich voll aufgeregt. Ich darf sowohl in deine Kiste schauen, ich glaub doch nicht. Wieso? Wie heißt der noch mal? Hä? Ich sag, ja, sag doch Knochen weg. Lass die Knochen, du. Ich hab doch nicht weggenommen oder so. Mein Gott, wie du aus hast denn. Du sagst mir mal, ich fasse auf. Ich weiß es nicht. Du fassest nur aus, wenn ich auf deine Kiste schau. Aber es ist halt eine private Kiste. Ja, und? Du schaust auch manchmal in meine Kiste. Ich hab nicht in meine Kiste geschaut. Mhm. Dafür wohl Schaum. Okay. Du bist nicht da noch. Ich sag kein Holz. Endlich schau. Okay. Ich werd Padillas fahren später. Du musst ja treiben in meine Karte. Hä? Nee, treiben du jetzt in meine Karte. Ja komm, wo bist du? Ich bin gerade weg. Ich dachte, ich bevor nichts. Ja, wenn du mir das Holz gibst. Ja. Jetzt noch im Schlaf. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Danke. Mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Nun findest du auch nicht mehr nach Hause, ne? Ja. Ja. Ich muss nur noch die Uhr noch. Ich brauch die Huh? Ich brauch die Bezwone. Die Wolle. Wofür? Das ist ja mein ganzes Haus. Das wird zuteil aufs Wolle zuteil. Da brauche ich es rein. Ich schalte so kein Feuer. Von mir auch kein Feuer. Nein. Weil die davon die ganzen Wolle nicht abfackeln. Ja. Solltest du den mal merken. Du kannst dich ja noch an die Zeit und an Gefädel erinnern, oder? Also, da gab es halt nur Lecks, aber nicht wegen dem... Wegen dem Baum. Fuck. Natürlich. So stark die Lecks entschädigt, glaube ich. Junge, wenn ein ganzer Wald abfackelt, natürlich. Das war ein Paube. Aber egal. Junge, aber es breitet sich für dich aus. Ey. Und so. Es ist alles dabei. Ciao. Bis zum nächsten Part. Und tschüss. 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 Vielen Dank.